Thomas Rennmeister von Wegen ist eigentlich ein Sinnbild im Moment für unsere Bewegungslosigkeit. Dieser Wohnwagen hat innen drinnen einen Schriftzug, die Handschrift von Thomas Rennmeister übertragen auf eine Neonschrift. Und bei ihm ging es vor allen Dingen auch um das Wortspiel oder wie kreativ sind wir noch in diesem Von Wegen. Also er ist auch aus Westfalen und wenn Sie reinschauen in den Wohnwagen, sehen Sie den Schotter. Also er ist hier angekommen im Gasteig und wird wahrscheinlich auch nicht mehr abgeholt werden. Das ist sein letzter Weg. Und wenn man auf dem Weg ist, irgendwo hin, geht es vor allen Dingen hier um diese Ästhetik. Auch in diesem wunderbaren, großartigen Gebäude mit diesem Kontrast so einen Wagen hier reinzubringen in den Gasteig. Weil viele Menschen, die sich hier aufhalten, haben viele Wege hinter sich gebracht, um hier anzukommen, auch Deutschkurse zu nehmen oder unterwegs zu sein. Und das ist hier eine ganz Konzentriertheit von Menschen, die normalerweise auch mit Kunst nichts zu tun haben und aber auch unterwegs waren, um hier anzukommen. Und das ist hier eine ganz Konzentriertheit von Menschen, die sich hier anzukommen, um hier anzukommen, um hier anzukommen, um hier anzukommen. Und das ist hier eine ganz Konzentriertheit von Menschen, die sich hier anzukommen, um 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 hier anzukommen.